Boah, ich muss die ganze Kürbse... Da schneide ich sicher drin. Ich weiss. Du, Wixom. Hallo. Nein. Hallo. Ich bin Gina. Richtig grumpy Gina. Und ich rante heute über Menschen, die permanent gut drauf sind. Weisst du, dass ich unbedingt, dass du den reinbringst? Den will ich jetzt sagen. Grundsätzlich finde ich ja, dass jeder... Pff, nein, warte. Grundsätzlich finde ich ja, dass jeder Mensch machen kann, was er will, weil jeder ist eine freie Maus. Aber es gibt doch so diese Art von Menschen, die dann einfach so... Permanente... Verdammte... Scheiss... So eine Schei. Das ist nicht echt. Das ist nicht cool. Das ist nicht der Mensch, den ich wirklich spüre. Ich habe zwischendurch auch mal meine schlechten Tage, wo ich nicht so gut gelaufen bin. Oh, what's the price? Und du kommst dann so irgendwie ins Büro rein und dann kommen so Menschen rein, wo sie sagen... Hey! Wie geht's dir? Das ist die Stimme, die ich einfach aufsetze, um so etwas fröhlicher zu wirken, als ich eigentlich bin. Pff, mach's nicht! Wir können alle Mimik ein bisschen lesen. Kennen Sie das Lächeln? Also das... Ich weiss, dass du mich nicht anlächelst, weil du einfach die Freude hast, sondern weil du gerade jetzt das Gefühl hast, du müsstest lächeln. Und das ist nicht natürlich und ich nehme dir das nicht ab. So der Punkt, den ich mitteilen möchte, ist so... Sehr viele Menschen haben verloren... Pff... Haben vergessen... Sehr viele Menschen haben vergessen, real zu bleiben. Sie sind einfach euch selber. Es ist im Fall okay, mal sich zu... Das... Das ist eine wichtige Message. Ich weiss, einfach weniger Lali gerne würde sagen. Es ist okay, zwischendurch mal zu sagen, hey, fuck it, mir geht es im Fall nicht gut, obwohl eigentlich alles gut ist. Wir strugglen mit unserem Shit. Versuchen irgendwie zu überleben. Können wir jetzt abstellen? Ich habe jetzt glaube ich genug gesagt. Im Fall. Wir wissen, wie es läuft. 1, 1...